Du läufst, da ist kein Verweil. Schluck runter, du Sau. Could you please sit down again? Das hört so weh. Oh Gott. Du fucking Peter-Mehl. Du hast jetzt nicht wirklich die alten geschrieben. Ja, aber vorne mit dem normalen Say. Wie Spuddy Ho wenigstens anrendet. Wie macht du das? Ja. Hat sie irgendeine Reaktion gezeigt, abseits davon? Boah, nur die normale Anbieterin.